Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LuckyTrade mit dem extrem verzockten Dudes Hallo Oh fuck ich bin doch im game-rot Wups Woopsie daisy Upsie daisy Upsie daisy daisy Oh ja ich habe ein ein Ofen. Aber ich bin richtig Unlucky heute, glaube ich. Okay, ich nehm mal nicht mit richtig Unlucky. Warum kriege ich Sticks, Alter? Okay. Jetzt bräuchte ich halt noch Holz. Dann wäre das schon mal gut. Oh, so Unlucky heute. Komm, gib mir Holz, Mann! Okay, nee, warte, wieso brauche ich... Nee, ich brauche keine. Äh, ich habe mega wenig Wollen wir uns noch mal mehr Advert-Lucky-Blocks geben oder hast du mehr Sachen? Nix, nix hier. Hast du mehr Sachen? Ja, dann ist okay. Hier wird nicht geschummelt. Wenn du Pech hast, hast du Pech. So, jetzt machen wir mal so. So. Äh, zack. Äh, zack. Äh, äh. Okay, jetzt muss ich mir erst mal abchecken. Äh, doll. Iron Ore, das muss ich ja brennen. Dann habe ich hier noch Diamonds. Äh, warte mal kurz. Ich muss jetzt, den Rest muss ich abbauen. Das ist schon mal klar. So, dann das da hin. Mache ich mir ein Öfchen. Ofen-Mofen? Ofen-Mofen. Hm, nice. So. Die Leute, die, manche Leute regen sich immer drüber auf oder fragen, warum wir alles reimen, mimen. Warum machen wir das? Reimen, mimen? Weil wir das machen, lachen. Ja, Wahrheit, Wahrheit, ne? Wahrheit, Wahrheit. Diese komischen Assi-Urlauber. Ah, ja, stimmt. Kaufhaser. Wo die so Mädels verarschen wollten und dann hat er sich so drüber aufgeregt. Ey, Digger. Jetzt haben die uns verarschen. Dabei wollten wir die verarschen. Fritz, der Penetrator? Was? Was? Wer? Wo? Verrat's doch nicht, Mann. Ich muss hier noch meine Emirates abhauen. Bevor ich hier fertig bin. Und dann ist da noch mein... Ich hab einfach noch nicht mal 32 Lucky Blocks. Tja. Hast du wohl verkackt, wahr? Ich glaub, ich krieg ziemlich viele. Ich hab... Dann gehen wir in die... Babababababababababababababababababababababababababababab Machen meinen Spawn Point. Und machen zuerst die hier auf. Ja, vielleicht drocken die mir ja noch ein paar Erze. Dann kann ich noch mal handeln gehen. Wieleicht? Dann kann ich Handeln-Mandeln. Ich kann Handeln-Mandeln. Was? Nice. Ich kann noch mal handeln gehen. Ey, was hast du gemacht? Wie, was hab ich gemacht? ich kann noch mal handeln gehen weil ich ärzte bekommen hab durch was durch ein brunnen was für ein brunnen durch lucky blocks bist du schon beim lucky block aufmachen ja weil ich hab gesagt ich habe kaum sachen alter darfst am ende warten was für einer ist es jetzt der arnold schade ich kann ja da brauchst du die nicht dass das für multiplayer aber ich habe acht videos und 480 milo lol digga hallo hallo ich wacke ich kann mir aber leider keine monkeys holen ich habe auch nicht gerade viele wie viele hast du 39 glaube ich doch nix handeln gehen einmal handeln dann nicht mehr wir haben jetzt hier sogar die neuen death note lucky blocks mal gucken was diese später emperor 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 der pizza darfst nicht benutzen ja und warum warum ich krieg aus der einfach nichts gleich kill ich krieg nur pizza hier raus man mit damit sagt auf alter kann ich nicht gebrauchen irgendwas gutes wie du hast ein monkey lucky block sich nicht wie du nicht hat es kein eisen oder was ja ich hatte nur zehn eisen oder so gaming rüstung aber nice was ist das wege dann jump boost mini emperor wow aber okay was kommt alter was kommt das so aussehen wo es kommt daraus elsort jungen was ist das denn finden zu den weg von mir warte ich mach leg eins oh was hab ich da bekommen death note page was kann das kann ich ah da kann ich kira helden aha kira sowas entweder lack ich gerade rein ist ja voll geil diese diese crafting rezepte davon ist mega nein geh weg der hat sich viel vermüge gegeben geh weg mit dem ich muss gleich eins machen oder ich esse jetzt einfach eine pizza dann muss ich keinen weg machen ich habe einfach kein illuminati stuff bekommen ich auch nicht ich krieg allgemein nur komisches zeug hier oh was habe ich da bekommen auge des shinigami kann man bestimmt essen oder so alter das explodiert einfach voll oh was habe ich bekommen kommt jetzt alles mal weg so youtube apple stärke reflektion habe ich die youtube apple wieder weg geworfen junge 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 ich geh mal kurz im backpack gemacht 1 backpack das ist ziemlich krass dass ich hier so bekomme knockback zu uiuiuiui game mode 0 so dann füllen wir hier die ganze scheiße mal ein dann werden wir später gucken ja 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 nice 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 da hat er sich richtig Mühe gegeben digger gaming swords oh was habe ich da bekommen langsamer fallflügel was ok remis flügel das ist ja heftig aber man kann nicht fliegen heftig meftig digger ich habe keine lucky blocks mehr ich mache nochmal slash killer ich habe noch ein paar respawn youtube lucky blocks recoil musikhelm ich habe noch mehr blöcke bekommen leck 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 ich bin mir nicht sicher oh ja oh mein gott oh mein gott was ist denn das hier wow irgendeine struktur einfach so eine random struktur ja super werfen 36 ich weiß echt nicht ob das so gut ist ok ich mache jetzt hier alles weg was ich nicht gebrauchen kann gaming swords wieder was zum werfen wieder was zum werfen was ist das nein nein oder wo bist du was machst du ich bin gerade noch verblöcke am aufwand ich habe noch neun stück dann bin ich fertig ich habe eine kira ich habe eine kira hose oh oh nice geil also ich finde die auf jeden fall echt cool muss ich sagen ok kann ich irgendwas mit dem play button machen op there is no lucky po oha 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 los ok ähm 3 2 warte chill doch so jetzt 3 2 1 los wo bist du mein vertritt friss bilu oh das kann man trinken geh weg mit dem piss an geh weg mit dem piss an ok die können uns töten kriegst du schaden nein what the fuck was ist das hier hä hä kriegst du von dem keinen schaden nein WTF was hast du gesoffen ich habe irgend so einen Apfel drinnen äh ok aber das ist glaube ich die Rüstung ok ok ähm ja zum werfen gehabt da waren es einfach nur diese dinger die ich da hatte aber du bist auch noch hier das spiel kann ich auch mit dir spielen was guck dir die armee an die armee der individaten ja äh wenn wir uns nicht töten können ist das irgendwie dumm ne ich hab äh ich hab letztens mit Stanta was gemacht hör mal auf zu hippen was wir gehen jetzt mit Game Out 1 und dann und gehen auf den Baum und der erste der den anderen runterschubst der hat gewonnen WTF damit wir damit so haben wir nämlich hier dann äh wenn wir unbesiegbar sind beide und dann haben wir ein Lapnet WTF ja aber das ist ja jetzt die erste Runde ach wollen wir mehrere Runden machen ja drei Leben alter ok ok dann machen wir slash Warte kurz warte warte Game Out 0 Spawn Point dann mach aber hier Spawn Point ne ja genau und Game Out 0 so bist du ready ja ok dann los ey warte mal kurz das kann ich mit diesem Auge machen kann nichts keine Ahnung keine Ahnung ja let's go drei ok hey lol bist du heavy wo bin ich ich bin bei dir WTF ich glaub wir haben beide keinen Knockback nein kein Knockback ich glaub das wird nix das ist ein Mini alter bitte ja guck mal die kann ich ultra wegbomben hier die Dinger aber die ich halt nicht WTF ist das macht der hier ich glaub das hat keinen Sinn das hat echt keinen wir sind unsterblich man wir sind auch hier oben können wir nix machen ey man keine Chance das ist keine Chance dann würd ich uns würd mich aufm Unentschieden einigen das ist diese komische potion ne ja ja die hab ich auch die ist brutal ich hab auch hier sehr volle rote Rüstungsbalken ja ja ich auch ey was macht man eigentlich mit diesem das hat leider keinen Sinn was ist dieses Auge alter ich kann damit nichts machen ich hab hier noch was zum werfen lol eh 0 eh 0 das ist das ich weiß nicht aber aufjedenfall Leute wenn ihr bei der Folge mega viel Spaß hat dann lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da und nice kommentar in den Kommentaren und schaut auf jeden Fall beim jeweils anderen vorbei wir machen beide mega nice luckyblock videos jeden Ja, und tschüss.